So, wie geil ist das denn bitte? Kettenblitz, Kugel der Unverwundbarkeit, Flammenfeil, noch irgendwas hab ich da aufgehoben. Verstricken. Ne, das war's nicht. Hier. Otilukes Frostsphäre. Was denn? In diesem Fass befindet sich das sauberste Wasser im ganzen Land. Das ist geschmolzenes Eis und enthält keine der Verunreinigungen, die im normalen Wasser vorzufinden sind. Da war doch irgendeine Quest, oder? Ja, ja, ja. Ich will mal eben speichern, bitte. Lass mich bitte speichern. Hallo. Ja, geh doch eben raus, das kannst du doch gleich alles machen. Ich kann nämlich dann auch keine Magie schreiben, das will ich nämlich jetzt machen. Oh, Kettenblitz. Danke. Das penetrante Klicken hat dich also wachgerottet. Kugel der Unverwundbarkeit funktioniert. Flammenfeil. Wieso kann ich den Flammenfeil nicht? Ich kann euch etwas ausmachen, wenn wir uns eine Weile ausruhen würden. Äh, so, dann war da noch diese Kugel hier. Wir könnten wirklich für eine Weile rasten. Ja, wir rasten auch gleich. Hast du einen bösen Magier? Ich muss dir unbedingt einen Ring wählen. Zufälligerweise ist Tyros Rechtschaffen böse. Witzig. Okay, eine Stufe aufsteigen. Ich muss mich ausruhen. Ich kann nicht ewig gehen und kämpfen. Krass. Nächste Stufe. Da brauche ich locker mal doppelt so viel Erfahrung wie jetzt. Aber nimm den Tafwein. Mann. Wie kann ich am besten zu Diensten sein? Äh, ich muss erstmal dieses hier lernen. Yay! Ich hab einen Platz frei. Was ist das? Kontix Ring der Zauberei. Er ist ein mächtiger. Er verdoppelt die Anzahl der Sprüche des ersten Grades. Was? Kälteschaden wird um 15% erhöht. What the shit? Das ist verdammt mächtig. Was ist das? Schutzring. Schutzring. Was bringt der? Ein Ring. Der bringt gar nichts. Yes! Widerstand gegen Magie. Rettungswurf. Bonus. Was ist meine? Nö, mein ist besser. Eisiger Atem. Aurils. Intelligenzeinwohnung. Das Charisma. Punktabzug. Widerstand gegen Kälte. Plus 100%. Widerstandsabzug. Feuer. Na, das ist schlecht. Ladung, Kältekegel. Nee. Behalte ich zwar trotzdem mal im Inventar, aber irgendwie nicht. Das Fass mit klarem Wasser ist sauschwer. Das kann weg. Terrikans Schlüssel kann jetzt auch weg, ne? Und Terrikans Journal auch. Und Kalabags Journal auch. So. Jetzt muss ich mal gucken, was ich... Boah. Krasse Scheiße. Rüstung. Ist Rüstung für alle? Für die ganze Gruppe? Weiß nicht. Die Farbkugel finde ich ganz gut. Die mache ich nochmal. Und dann nochmal magische Geschosse. Warum nicht? Was kann man hier noch machen? Böses entdecken. Schneeballschwarm. Das ist, glaube ich, ganz gut. Dadurch, dass wir jetzt auch mehr Kälteschaden machen. Nehme ich das viermal rein. Ich hoffe, das taugt was. Hier können wir noch einen dazu machen. Das wird jetzt sein... Was haben wir hier? Eislanze wird das sein. Weil wir eben mehr Eisschaden machen. Wie viel Schade macht denn Eislanze? Fünf bis dreißig. Okay. Vierter Grad. Können wir noch was dazu machen? Okay, das brennende Blut hier scheint ganz gut zu sein. Ein Beschwürgungszauber nehmen wir mal raus. Kraftgeschosse. Cool, das klingt auch ganz cool. Das nehmen wir auch mal. Was denn? Ich kann immer noch keinen des sechsten Grades erlernen. Warum nicht? Kältekekkelbeherrschung hat eigentlich auch gut was. Chaos nochmal. Verwirrung. Das können wir eigentlich mal probieren, oder? Ja, das probieren wir mal. Wann steigt Irina eine Stufe auf? Das dauert noch. So, auf jeden Fall. Tyrus kann sich nicht bewegen. Wunderbar. Ähm, was kann ich denn nochmal ablegen? Den Ring, der kann eigentlich weg. Die Robe kriegt weil das. Den Deutsch will ich eigentlich nicht. Ähm, warum kann der Kerl auch nichts tragen? So. So. Wir können wieder raus. Hat funktioniert. Yay! Nö, hier unten. Wir gehen da weiter, wo wir aufgehört haben. Nö, sind wir nicht. Es geht hier ja noch weiter. So, Tyrus dürfte jetzt relativ viel Zauber haben. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Oh ja, oh ja, oh ja. Schön. Ja, ich werde machen, was du mir sagst. So, wo führt das alles noch hin? Oh! Eine Drachenlibelle? Weißer Würm? Können wir mit irgendeinem davon sprechen? Augen voller Hass und Blutwurst starren euch unverwandt an. Das Wesen zeigt ansonsten keine Reaktion. Vielleicht der, der hier vorne steht. Ja, Frostbiss. Hm, was hier? Er ist kein Sklave, er ist kein Riese. Was es ist, was es will. Ich würde euch gerne etwas fragen. Fragen, es hat. Frag. Wer seid ihr? Ich, Frostbiss. Es nicht kennt, jetzt es kennt. Ich verstehe mehr Fragen. Was für ein Geschöpft seid ihr? Ich, Frostbiss. Andere Namen nicht habe. Nicht wichtig, andere Namen als Frostbiss. Der redet wie du. Eure Höhle ist voller Menschenknochen. Warum? Mensch. Essen. Frostbiss ist. Clan ist. Ihr esst Menschen. Mensch, elf Gnomen. Egal, alles essen. Nun, das muss ein Ende haben. Wollen wir ihn töten? Doch. Nein. Er ist böse. Oh oh. Wir töten ihn. Es muss ein Ende haben. Ende nicht sagen. Frostbiss, Ende. Es will es. Ende, Frostbiss ist. Geben, Ende. Stirb, so sei es. Töten. Oh Gott, es hat 20 Schaden gemacht mit einem Angriff. Tu was. Tu was. Es one-hitted mich. Es killt mich. Es tötet mich. Ja, was willst du? Es hat töten. Warum ist es so stark? Aber er ist schwer verletzt. Irene hat Probleme. Irene muss sich in ihre Bubble zurückziehen. Heiligtum. Sie wird zwar nicht zum Karsten kommen, aber ich gebe die Hoffnung nicht auf. Schnell, die Arbeit. Was machen wir jetzt? Sterben. Warum? Weil du ja mal wieder alles töten musst. Ja. Natürlich. Es bringt Erfahrungspunkte. Und Tyros muss aufleveln. Ah, ich habe ihn eingefroren. Das ist lustig. Kann ich helfen? Und jetzt, meine Freunde. Nein, das wollte ich nicht machen. Jetzt will ich diese Kraftgeschosse ausprobieren. Wirke die Kraftgeschosse und du heilst dich bitte. Toll. Du hast ihn ja schon vorher töten müssen. Ja. Wenn du es ja nicht machst. Er schreit so, hilf mir, hilf mir, hilf mir. Und dann beschwerst du dich, dass ich dir geholfen habe. Ich war damit beschäftigt zu überleben, ja. Aber trotzdem danke. Die haben doch ordentlich Erfahrung gebracht. Ich werde tun, was ich kann. Nee. Doch. 5000. So. Da hinten ist was. Was ist das? Dieser Schein wurde aus menschlichen... Ähm. Ja. Aus menschlichen Schädeln obendrauf liegt die Leiche einer Frau. Hey. Ja. Ich kann das aufmachen. Hi. Wow. Trank der Macht. Symbol des Schmerzes. Handschuhe. Ring. Du kannst es mal looten. Ich habe keinen Platz mehr. Was ist das hier? Grad 7. Das ist krass. Lass mich raten. Der rote Trank ist ein roter Trank. Was ist das denn? Das sind Handschuhe? Trank der Macht. Hm. Hier ist noch ein Ring. Ein Ring für den Magier? Für wen? Ring der Heiligkeit. Ich habe hier wunderschöne Handschuhe für deinen Magier. Das ist gut für meine Lunge. Nein. Der höllischen Verdammnis. Weg damit. Weg damit. Im Inventar umräumen. Warum bist du so... Ab zu den Büchern damit. Da wird dich heute nie wiedersehen. Warum bist du so gemein? Bist du doch auch. Wieso bin ich gemein? Du musst alles töten. Ja. Du wirst alles töten. Du wolltest die Unschuldigen? Ich hätte nur einen getötet. Nein. Du hättest alle getötet. Ich hätte den Anführer der Sklaven vernichtet. Und dann gesagt. Ihr seid nur Sklaven. Rebelliert nicht gegen mich. Sonst vernichte ich euch auch. Und dann wären sie ruhig gewesen. Das war ein Tribut, den ihr zahlen musstet. Du laberst vollkommenen Bullshit. Ich hoffe, das ist dir klar. Nein. Vereinte Stärke. Riesige humanoide Spuren deuten auf die Anwesenheit von Frostriesen hin. Kamera nach unten links scroll. Japp. Ich nehm noch ein paar Buff-Zauber mit rein. Außerdem lassen dich Wollspuren und dicke weiße Haare vermuten, dass ein Rüttel Winterwölf in der Gegend sich in der Gegend aufhalten könnte. Der ist da. Das ergibt ihm die Energie, die in der... Okay, guck ich nicht. Naja. Ansonsten hatten wir alles, ne? Die werden uns garantiert angreifen. Ich bin schon unterwegs. Doch. Die sind böse. Nein. Das sind nur Riesen. Wollt ihr was? Ich würde euch gerne ein paar Fragen stellen. Ach ja, nun ich möchte, dass ihr geht. Hm. Sieht aus, als würde keiner von uns das bekommen, was er will. Ich möchte mit eurem Anführer sprechen. Dann sucht weiter. Es geht mir nichts an, was ihr treibt, solange ihr keinen Ärger macht. Jetzt macht, dass ihr weiterkommt, bevor ich euch aus Versehen zertrete. Wenn ihr mich zertretet, werdet ihr einen Dorn im Fuß haben, der tödlich sein könnte. Hm, das werde ich mal testen. Stirb abschauen, so sei es. Guck. Und schon wieder musstest du Streit anfangen. Alter, die wollen uns nicht durchlassen. Was sollen wir denn machen? Nicht reingehen. Ich bin hier, gewiss. Was soll ich sehr gerne? Wie unhöflich. So gibt's denn schon Türsteher. Tot. Wer ist da? Naja, die sind relativ zeitgleich totgegangen. Wer ist da? Nein, die sind zeitgleich totgegangen. Nein. Zweihändige Axt brauchen wir nicht. Oder? Warum haben wir eine zweihändige Axt? Nee. Keiner von uns. Wenn die sonst nichts kann, nee. Warum ist Tyros gehindert? Oh Gott! Weil er drei Kilo zu viel wird sich rumschleppt. Tyros macht den Flammenfall. Do the flame arrow! Gegen die Wand. Toll. Das war ja wunderbar. Ich will nicht vorgehen. Geh du mal vor. Kann ich... Ah, ich kann's auch abbrechen. Okay. Sicher weiß einverstanden. Everybody do the flop. Wieso bringen die überhaupt 9000 Jurels Leibwächter? Oh Gott. Das erklärt einiges. Holy fuck! Was denn? Was soll ich für dich erledigen? Kann ich helfen? Ja. Er hat getroffen. Ja, hat er. Überhaupt kein Problem. Moment, eigentlich müssten diese Schneeflocken relativ stark sein jetzt. Schneeflocken gegen Frostrisen. Ich hab mich selbst... Schneeflocken gegen Frostrisen. Wie stark sind die? Guck mal eben. Immun gegen Kälte. Hm. Ah, du hast mir Schaden zugefügt. Ah, okay. Ja, aber gewiss. Glaube ich irgendwie. Ich werde tun, was ich... Ich wollte es nur probieren. Schneeflocken. Ist ja gut! Den... Frostrisen. Ich meine, du kannst Chaosfeuerbälle auf Flammenwesen werfen, weil es Chaosfeuerbälle sind. Und du kannst auch keine Schneeflocken auf Frostrisen werfen. Es ist jetzt gut! Ich werde gleich zum Biest. Ja, dann machst du vielleicht ein bisschen Schaden mal. Das heißt, dieser Jorill ist hier in der Nähe. Dieser riesige Stuhl wurde aus Knochen gezimmert und mit einem Tierfell überzogen. Dieses Banner zeigt ein Symbol, das aus einer zweischädigen Achse besteht, die in einem Kreis über zwei gekreuzten Fäusten angeordnet ist. Wo ist dieser Jorill? Jorick, Jorill. Jetzt da links noch rein? Ja. Ein bisschen? Nein! Ah, leck. Ich hatte doch irgendwie so einen Riesentöter. Besselachs Schwert. Hatte ich nicht so einen Riesentöter? Nee, hatte ich nicht. Da kommen garantiert noch mehr von denen. Na dann. Frostriese. Winterwolf. Der ist ein scheiß Kältekügel. Machen wird! Jetzt reicht's mir. Wie wär's mit dem hier? Okay, der steht ein bisschen weiter vorne bei dir. Okay, das hat nicht funktioniert. Äh, okay, wenn das nicht funktioniert, dann funktioniert vielleicht. Das hier! Bitte kein Frosthauber, bitte kein Frosthauber. Ich kann das machen. Ist fast tot übrigens. Ja, ich merke es. Der tot ist euch sicher. Das muss man mir nicht zweimal sagen. Was passiert da oben? Äh, es wird gekämpft. Ich werde Schaden machen mit meinen magischen Geschossen. Und nochmal mit meinen magischen Geschossen. Ha! Ich hab ihm den Tod noch den Arsch verbrannt. Irgendwie müssten wir bald mal hier durch sein, oder? Kritischer Treffer durch Helm abgewehrt. Frostriese. Langsam wird's relativ nervig. Für wen? Für alle Anwesenden. Eislanze brauch ich gar nicht versuchen. Lanze der Zerschlagung, oder weiß ich nicht. Ich nehm mal dieses Kraftding hier. Wie viel Schaden hat das gemacht? Ich möchte das angucken. Also an mir elf. Am Riesen fünf. Und nochmal fünf, irgendwie. An dir elf. Okay, das heißt es hat... Er, richtig. Der Stand, dass es irgendwie... Aber ich hätte nicht gedacht, dass es auch... ...verbündete direkt übergreift. Wenn jaiselbst. Vielen Dank.